Ernst & Young ist bei Unternehmenstransaktionen ein weltweit führender Berater. Es ist so, dass ich hier verschiedene Abteilungen durchlaufen kann unter anderem oder auch im On-the-Job bei der täglichen Arbeit verschiedene Sachen lernen konnte. Wir wurden von Anfang an sehr viele Aufgaben übergeben und ich kam mir nie vor, als ob ich damit überfordert gewesen wäre, denn es gab immer einen Manager, der einen an der Seite steht und dem jedenfalls mit Fragen und Rat und Tat zur Seite steht. Ich glaube, die Trainings sind sowohl natürlich da, um sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern, aber eben auch, um Leute kennenzulernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017